Was geht Bros? Ich bin's wieder, euer BrawlBro und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Ich bin bereit, mit 8-Bit zu spielen, Freunde. Falls ihr's nicht gesehen habt, gestern kam ein neuer BrawlTalk raus, wo released wurde, dass ein ganz neuer Brawler ins Spiel reinkommt. Und zwar heißt er 8-Bit, Freunde. Ich zeig ihn euch mal ganz kurz, damit ihr ihn seht. Also, das hier ist 8-Bit. Let's go. So sieht er aus. Er sieht so brutal nice aus. Er ist mit einer der nicesten Brawler vom Aussehen her im Brawl Stars, meiner Meinung nach, Freunde. Alter, ich freu mich so krass. Ich freu mich so krass. Guck mal an, guck mal alleine seine Ulti an, Freunde. Seine Ulti, wenn er die wirft, guck mal alleine, wie cool die aussieht. Wenn er die wirft, macht ihr so einen Radius und jeder, der in diesem Radius drin ist, bekommt einen Schadensboost. Hey, Digga. Alter, er sieht so geil aus. Und das Heftigste ist, Freunde, jeder kann 8-Bit direkt haben. Und zwar wird er im Trophäen-Fat sein. Ab 6.000 Trophäen kriegt man 8-Bit. Das heißt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr direkt 8-Bit haben werdet oder nicht. Und jetzt switchen wir auf jeden Fall zu Brawl Stars rüber, Freunde. So, Leute. Das ist auf jeden Fall der neue Brawler 8-Bit. Ich bin absolut bereit, mit ihm zu spielen, Freunde. Ich freu mich so übertrieben. Er ist einfach so unfassbar cute irgendwie. Und auch, er sieht einfach so nice aus. Oder, Leute? Schreibt es in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und, Leute. Heute kommt auch wieder ein Rush Wars Video. Also, macht euch bereit darauf. Freut euch darauf. Es kommt ab jetzt auch jeden Tag ein Rush Wars Video. Je nachdem, wie viel Bock ihr darauf habt. Deswegen, let's go, Freunde. Wir starten auch direkt in die Runde rein. Die Map ist gerade Schädelufer. Welchen Brawler sollen wir dafür nehmen? Ich bin dafür, dass wir Bibi nehmen. Also, mit der alten Star-Paw. Die wird ordentlich schnell sein, Leute. Let's go in die Runde rein. So, also. Ich bin bereit für 8-Bit. Let's go, Mann. Das Ding ist, Leute. Wir wissen halt nicht, wann genau das Update jetzt rauskommen wird. Es könnte sein, dass es sogar heute Abend schon rauskommt. Es könnte auch sein, dass es morgen rauskommt. Oder erst übermorgen. Oder auch erst am letzten Tag des Monats, wisst ihr? Aber das, was wir wissen, Freunde, ist, dass es diesen Monat kommen wird. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen, Leute. Komm. Der Mortis. Er hat nicht die neue Star-Paw. Alles cool. Ich geh mal Richtung Mitte. Mal gucken, was ich noch für Kisten drücken kann. Komm. Da ist eine Shelly. Komm, Shelly. Was willst du machen, hä? Komm, ich geb dir einen Hit. Und weg mit dir. Komm. Alles meine Kisten, hoffentlich. Das wird eine nice Runde. Ich hab's im Gefühl, Freunde. Ich hab's auf jeden Fall im Gefühl. Komm doch, Bull. Traust du dich nicht? Er traut sich nicht. Okay, warte. Der Bull wird geholt. Ich schnieg mir kurz mal in seine zwei Power-Cubes nochmal. Schön. Oh, Bruder. Was geht denn hier überhaupt, Mann? So eine kranke Runde wieder. Let's go. Der. Und jetzt oben. Komm, 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 komm. Schade. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Hit, würde ich sagen. Ein Hit. Wir haben schon neun Power-Cubes. Neun Stück einfach. Ich jage sie so krass. Ich muss mich auch kurz beruhigen. Sie hat ihre Ulti. Das ist nicht so nice. Sollen wir auf die Shelly gehen und riskieren? Ich weiß gerade nicht. Ich will lieber kurz ein bisschen safe spielen. Komm. Wir dodgen kurz den Dynamike, Freunde. Let's go. Und das war's mit dir. Mach's gut, Bro. So, haben wir auch. Jetzt habe ich elf Power-Cubes. Das ist doch mal eine schöne erste Runde, Freunde. Let's go. Komm, 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 komm. Komm. Zeig. Oh. Ich komme nicht ran. Das Ding ist, es leben noch drei andere Brawler. Wo sind die? Das Interessante ist auch, falls ihr es nicht eben gesehen habt, 8-Bit ist der langsamste Brawler im ganzen Spiel. Aber dafür macht er auch umso mehr Schaden. Alleine, was ich da eben gesehen habe, war, er macht 850. Aber er stand auch in seinem Kreis, das muss man dazu sagen. Aber er hat so viele Hits. Er schießt so viele Hits. Das ist nicht normal, Freunde. Komm. Ja, die Shelly ist tot und die hole ich mir auch kurz. Zack. Und jetzt ist nur noch der Mord ist da. Wir haben 14 Power-Cubes. Komm, wir wollen, dass er sich selbst umbringt. Komm, Digga. Bring mich selbst um. Komm. Komm. Ach, was denkt er denn jetzt? Hä? Okay, wenn du so willst, Digga. Komm. Ich stehe hier einfach. Komm. Ich bin hier im Busch. Was denkt der einfach? Komm. Alter. Ich frage mich gerade echt, was in seinem Kopf drin ist. Ja, Mann. Ich werde es noch schaffen. Hier. Was willst du machen, hä? Was? Gib einen Hit und du bist weg, Digga. Nice. Schöne erste Runde, Freunde. So gefällt mir das doch. Plus 10 Trophäen. Sehr, sehr nice. Okay. Also. Wie gesagt, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr direkt 8-Bit haben werdet oder nicht. Wird mich interessieren. Und soll ich mal ein Video zu machen, also da so viele bei dem Rush Wars Video gestern geschrieben haben, dass sie nicht wissen, wie sie sich das runterladen mit der kanadischen Apple ID und so weiter. Soll ich euch aber, soll ich mal ein Video machen dazu und euch so gesehen helfen, indem ich euch sage, wie ihr genau das machen könnt. Und dann könnt ihr euch natürlich das Spiel runterladen. Also. Habt ihr Bock darauf? Zeigt es mit einem Daumen nach oben, Leute. Ich würde sagen, bei 3000 Likes mache ich das. Also. Einen Daumen nach oben geben. Ihr wisst Bescheid. So. Komm. Mitte, Mitte, Mitte. Shelly. Überall Shelly. Stop. Ja, das war's mit dem... Nein, ich komm nicht ran. Lol. Beide hier. Beide hier. Beide hier und ich bin tot. Digga. Ich war so im Sandwich des Grauens, Freunde. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Das war gerade absolut nicht nice. Schade. Minus 7. Schön. Fast alles verloren, was wir davor gewonnen haben. Ich glaube, ich nehme jetzt diese Runde einmal Mortis mit der neuen Star Power. Okay? Freunde, seid ihr bereit? Let's go. Huh. Okay. Wir brauchen jetzt nur irgendwelche Dynamics und so. Die brauchen wir jetzt. Auf jeden Fall keine Tanks, Freunde. Keine Tanks. Hoffentlich. Da seh ich schon einen Leon. Der könnte auch... Ja, der ist auch kritisch, Digga. Der ist auch kritisch. Da noch eine Primo. Zwei Stück da schon. Hier noch einen Leon. Warte, wenn er auf die Kisten geht... Natürlich hat er mich gesehen. Wie das denn? Warte, jetzt. Komm. Ich muss die Kiste nutzen. Und jetzt haben wir ihn. Oh mein Gott. Das war auch so knapp für mich gerade. Alter, ich hab auch gerade so heftig riskiert. Nur damit ich den Kill machen kann. Puh. Es sind natürlich immer, wenn ich Mords nehme, gibt's nur Tanks auf der Map. Es ist nicht normal. Guck dir das an. Nur Tanks. Was verfolgt der mich? Digga. Hau mal ab, Alter. Warte. Ich hit ihn jetzt nochmal. Er hat mich nicht mehr getroffen. Lol. Er ist so... Typischer El Primo, Freunde. Absolut wasted und dumm. Let's go. Komm. Komm. Ja, Digga. Was macht er da? Was macht er da? Warte. Er recovert sich gerade. Komm, benutze deine Ulti. Komm. Komm. Nice. Oh nein. Nein, jetzt kommt die Rosa. Oh Mann. Ab geht's nach unten, Freunde. So, boah. Bin ich da krass entkommen. Alter. Da bin ich ja mal so anders krass gerade entkommen. aus dieser Zwickmühle. Aus diesem Ultra-Sandwich. Aber es verfolgt er mich so krass. Digga. Du kommst nicht an mich ran. Was checkst du nicht? Was checkst du nicht? Oh nein. Noch einer. Guck mal. Es ist so richtig... Lol. Wieso? Wie guckt ihr das an? Was, Digga? So ein Pech. Ne, ne, ne. Ich nehm kein Mortis mehr, Freunde. Wir machen jetzt noch eine nice Runde. Aber nicht mit Mortis. Nicht mit Mortis. Das Ding ist, wen sollen wir nehmen? Wen sollen wir nehmen, Freunde? Ich könnte Spike nehmen. Rico wäre auch eine nice Wahl. Pam, Daryl, Bo, Leon. Ich würde sagen, wir nehmen Rico. Ich bin bereit, mit Rico zu spielen. Sollen wir die... Ja, wir nehmen die... Wir nehmen die neue Star-Force. Let's go. Dann sind wir ultra schnell. Komm. Auf geht's, Freunde. Huh. So. Den können wir gleich easy wegholen. Guck mal, er läuft genau da nicht lang. Ist natürlich wieder klar. Ey, wieso habe ich keinen Skin genommen? Ich habe den Nose-Skin, Freunde. Ich hätte auch meinen reichen Rico nehmen können. Aber irgendwie habe ich es gerade vergessen. Ja, moin. Komm. Hoffentlich kriege ich hier die Kisten. Nein. Nein. Nicht gut. Oh mein Gott. Und ich bin wieder nicht tot. Jetzt kommt meine Star-Power. Und ich bin tot. Natürlich. Der Spike von eben trifft mich dann einfach. Ey, Leute. Was ist gerade los? Was ist gerade los, Mann? Wir machen gerade so viele Minustrophäen. Alter. Digga. Wir nehmen jetzt El Primo. Nicht El Primo, sondern wir nehmen Deinameik. Let's go. Letzte Runde mit Deinameik. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde, Freunde. Puh. Komm. Und Freunde, ist es bei euch auch so heiß? Es ist gerade aktuell hier in Berlin. 33 Grad heute. Das ist nicht normal. Wirklich. Das ist einfach nicht normal. Komm. Das wird ein heftiges Duell mit dem Deinameik hier. Tschüss. Ich bin fast tot. Und ich habe... Oh mein Gott. Ich komme gerade gar nicht klar. Ich komme gerade gar nicht klar, Digga. BWR erkillt mich. Natürlich, Mann. Okay, Freunde. Ey. Es soll einfach nicht sein, Freunde. Ich bin bereit, mit 8 Bits zu spielen. Aber gerade nicht mit den anderen Brawnern. Digga. Wie viele Minus haben wir gerade gemacht? Alter. Wir haben locker gerade 20 Trophäen verloren, oder? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe mal, dass das Update heute noch kommt, Freunde. Ich bin absolut bereit. Ich würde auf jeden Fall sagen, checkt das letzte Video von gestern ab. zu Rush Wars. Und heute macht euch bereit für das nächste Video von Rush Wars. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut, meine Bros. Ciao, ciao. Piuu. Tschüss.